Brennstoffzellen wie PEM Fuel Cells sind aufgrund ihrer emissionsfreien Funktion zunehmend die Wahl für beispielsweise Off-Grid oder Notstromversorgung für wichtige Infrastruktur. Eine Rezirkulationspumpe von KNF ist eine wesentliche Komponente, wenn Wasserstoff wirtschaftlich und mit einem hohen Wirkungsgrad des Gesamtsystems genutzt werden soll. H2-Dicht Die KNF Rezirkulationspumpe ist grundsätzlich hermetisch dicht und kann durch den Einsatz von beispielsweise Metallpumpenköpfen in ihrer Dichtigkeit weiter verbessert werden. Sie sind versprüdungssicher und feuchtigkeitsfest durch die Verwendung von Werkstoffen wie Edelstahl, eloxiertem Aluminium, EPDM und VITON. Eine individuell konfigurierbare Pumpenkennlinie sorgt für geringstmöglichen Stromverbrauch und vermeidet Stromspitzen. Motoren aus der Digital Customization Serie sind vollständig parametrierbar und arbeiten in jedem Betriebsmodus mit einer idealen Pumpenkennlinie. Die Schutzart kann je nach Serienmodell und Motorvariante durch das KNF Baukastensystem angepasst werden. KNF Rezirkulationspumpen kommen bereits heute in vielen Brennstoffzellensystemen zum Einsatz. Die am häufigsten eingesetzten KNF Rezirkulationspumpen erreichen eine Förderrate bis zu 60 Litern pro Minute bei bis zu 7 Bar Überdruck und können in den anwendungstypischen Temperaturbereichen eingesetzt werden. Interessiert? Kontaktieren Sie unsere Experten.